Der ist ja da, 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 der ist ja da. Warum macht er das jetzt? Oh, sinnvoll. Ich will ja mit einem Operator hinter dir gehen. Ja, alles. Ah, was soll ich? Ich werde mich da jetzt hinter dir gehen. Mann, das ist so dumm, se. Okay, das Ding ist heute zehnmal besser. Er will ja was, dass ich komme von hinten. Er hat übrigens 80. Wir kommen theoretisch über der Wurz. Ein Gegner übrig. Sehr schön. Ja, komm, Alter. Das ist halt das Ding von denen, ganz ehrlich. Ja, was soll ich machen, Junge? Es ist so dumm. Nein, ich lief das. Ich lief das Game. Was ist das? Das sind nur Cheats. Ich bin fünf Runden aufgewählt und es war komplettes Girl verschwendet worden. Komm, ich lief das. Na ja, was für ha, ha, ha. Ich lief das. Match verlassen. Komm, wir geben auf. Du aufgeben. Du aufgeben. Noch? Ja, okay. Ja, okay. Na, geh aus. Leif Match. Leif Match. Leif Match. Ja, dann lassen wir's einfach mal da. Ich bin jetzt noch, wenn's wollen. Na, wir gehen jetzt auf, oder? Ja, zieg mir bitte auf, ey. Bitte, ey, 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 ey. Aber welcher Huren zum bist du? Wieso? Ja. Junge, warum machst du einfach Infinity Abilities an, oder? Weil er mir was gesagt hat. Oh, ist ja, ist so. Wollen, oder? Erst bei mir Smoke, erst bei mir Smoke. Außerdem haben wir eh schon, äh, Olds gehabt. Wir beide. Ja, und? Ja, für was hast du es dann aktiviert? Ja, wir fangen noch mal gleich an. Wir fangen noch mal gleich an. Ja. Weil, wenn du, weil, erstens hast du Abilities aktiviert, zweitens habt's ja nicht teilweise passiert, weil... Was bringt es für uns, sollen wir Dings aktivieren? Ja, pass, das dritte Zoll wird drei Runden ohne Sebi gespürt. Ja. Ja, pass, pass, pass. Aber es sind drei Runden gehört verspürt. Ja, ne, ja. Ja, tschüss der Leben. Tschüss der Leben. Ja, schau sie. Ja, bin ich andere Map jetzt. Ja, bin ich andere Map jetzt. Komm, jetzt andere Map jetzt. Äh, können wir dann nach der Runde Spaß runter mit, äh, 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 unendlich Telep, äh, Telepis machen? Na. Das ist scheiße, Alter, das macht ja keinen Bock. Ja, andere Map jetzt. Hä, wieso, Junge? Ja, verkackt hast du das. Wieso hast du das verkackt haben, du kleine Kapi? Ja, so. Äh, okay. Dann sind aber wir anklackt. Am guter Internet-Internet in Griechen. Ja, genau, warum bin ich, weil? Alter, David, das sagst du mit deinem Drecks-Internet. Mit fünf Millionen Appings. Ja, ja. Ja, das sagst du, ehrlich jetzt. Schick mal ja gerade, gell. Schick mal ja gerade. Das war einmal jetzt bei mir. Ja. Das ob schwer ist. Wie oft bei dir? Ja, komm. Amal. Ja, dann mach. Starte heute, du Hölzuse. Komm, mach. Ich bin nicht der, der was starten kann. Simon ist. Ja. Jetzt geht's wieder. Ja, Simon, bitte runter. Kannst du doch ja selber. Ist so. Voller Sack, Alter. Ja, ich weiß, aber. Simon, Clemens, Clemens, du nimmst die da bitte, okay? Ruhm nachher. Ja, keine Scheiße. Ich bin nicht die Scheiße da. Irgendwie ist der Kerl der Mutter. Ja, willst du? Also kannst du mit, äh, runter. Alter, du bist so faul, Alter. Ja, mach's einfach, bitte. Ja, danke. Ich will nicht aus den Teppen so, gell? Deppels Gsindel. Nein, ich will nicht aus den Teppen. Ja, äh. Nimmst du wieder Sage, oder wen nimmst du jetzt? Sicher nicht, aber er nimmt Sage. Willst du, ähm, wer war denn Strom? Opferd. Alter, das ist so dumm. Neon und Omen. Was? Du hast ihn an. Du hier lässt ihn an. Du hast ihn an. Er hat... Ach, Mann. Hätte ich doch heute nicht... Mann. Hätte ich doch heute lieber Joro gemacht. Und dann ja Joro nehmen wir, genau. Ich bin gut mit Joro. Nochmal. Oh na, ja, jetzt wir uns richtig opfacken, Alter. Joro. Mhm. Ja, ja. Machst du weiter Tipp ist, wenn du hörst, dass er blindet, schau am Boden oder in die andere Richtung. Dann kriegst du nicht so lang oder... Seh, wie das weiß ich. Aber wenn's das Ding da einfach ankupft kommt, dann kann man nicht mehr so schnell reagieren. Ja, du musst einfach... Ja... Ja, ok. Am Boden reicht's? Ja, sag mal. Ich smoke, würde ich sagen. Ja, ich smoke einfach hier. Ja. Ja. Ja, ich kann ja wieder Joro. Ja, er nimmt immer... Merkt Arnt für die nächsten Matches. Clemen nimmt immer... Er ist da. Komm. Wer? Äh, äh... Joro, aber er hört jetzt. Kann ich ja mittekon... Ja, okay. Kommst du hier? Oh, ich hab den so gefickt, Ole Bell. teacher Man. Heinrich Schatz. са. Es ist modelo besser ... Es hat wie ich meine Art versteckte. Oh, ich weiß nicht. Kommt ihr? Ich hab mir Bucky gewünscht, ich hab mir Bucky wieder, aber da schrapp ich jetzt mit. Ich kämp' euch jetzt, die gehen wahrscheinlich wieder ab. Ich kämp' euch jetzt einfach. Na okay, IP. Ja, ich werde jetzt einfach campen. Mit der Tricks, Bucky, und dem dann alle versuhlen. Ja, schon B. Alter. Du bist der eher... Ja, schnell. Versucht ja die Tücken. Letzter lebender Verbündeter. Oh mein Gott. Ähm, von hinten kommt Adam. Ja, mit einer Ding, come on, ich hab ihm 78 gedruckt. Ich töte diesen Omen. Ich nehme mich an. Okay, Full-Buy, geht schon. Ja, ich hab auch mal so. Kann man... Ja, ich höre mein Stinger. Du weißt nicht, was Full-Buy heißt, oder? Das ist Wendl. Wendl. Ja, ich... Ja, ehm. Ich kann mal nebenan reißen. Oha, okay. Gering von Dino. Ja, ich hab letzte Runde, schau ihn... Wendl. Ja, Wendl. Ja, kann doch. Wendl. Okay, das ist dumm. Na, die haben sicher ein Ding dabei. Wendl. Dann nehmen wir einfach die von Dino. Ja, bleib erst mal defensiv, stirb nicht. Und dann... Äh, nicht. Ich schau dich nicht damit, oder? Das ist dann auch, oder? Ja, aber was? Hopp, noch? Ich geh auf Fieber noch. Ja. Nice. Ich hol dir die Wendl von ihm. Hat David Wendl gehabt? Nein, nein. Hat die mir Wendl gehabt? Nein, die haben beide gespart. Fuck. Egal, wir haben Spectre. Die haben wahrscheinlich dann 6 Runde Wendl. Wir haben gespart euch auch. Also, ich hätte... Ah, ich weiß nicht. Soll ich mal Wendl kaufen? Ich hab 5100. Ja. Wie viel kriegst du in der nächste Runde dazu? Äh... Wart kurz. So dass du halt nicht im Überschuss bist. Ich darf Spectre... 3100. Nein, nein. Ja, Spectre, wir können warte ein bisschen... Ah, dann nehm ich die. Passt. Spectre? Dann hab ich nächste... Ich hab nächste Runde 6000, das geht. Ja, ja. Äh... Ja, 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 ja. Diesmal aber woanders hier. Aber schon genauso einfach campen. Ja, pscht, pscht. Sonne. Ja, okay. Dann ging das nicht so gut hier. Tschüss, wir sind ja schon hier noch eins. Okay, das weiß ich jetzt nicht so gut. Ja, das weiß ich nicht so gut. Ja, nein... Schauss... Ah... Ja, ja! Ja, komisch! Mann. Egal. 3-1 ist... Ich ne... Ich ne... Ich ne... Ja, es sind Flashes, die regen halt so auf. Ich brauche das. Und deswegen werden die da ohne ihn spielen. Wir müssen ja jetzt was machen. Wir gehen jetzt beide auf eine Seite. Ja. Ja, kommen wir hier. Weil sonst haben wir direkt schneller bei denen, bevor sie jetzt wirklich auf der Seite sind. Ich glaube, wir haben reingeschissen. Na? Nein, sind doch. Ich hab den gekillt, David. Aber Achtung, sehen wir jetzt wahrscheinlich... Hol dir die Odin, hol dir die Odin! Odin, Odin, doch! Odin! Warum Odin? Ja, hol das einfach! Ach, Junge. Dann kannst du's eingeben. Ja, genau so. Schön, Simon. Du hast gelernt von dem Meister. Odin. Ja, ne, ja. Let's go. Wie tue er immer... Am Anfang haben wir immer gedacht, das sei Klon oder so. Äh, sei klar, jetzt Klon. Ach so, sie geht's auch. Die werden natürlich wieder angehen. Weil, die wissen unsere Karte. Richtig. Und Sandi? Er nimmt sicher kein Odin. Er nimmt Odin, okay. Junge, sein Kontostand ist auf Null, oder? Ja, was machst du? Wir müssen Riege. Ja, Junge, ich hab neun HP, oder? Ja... Spike platziert. Oh, Junge, ist ja klar, dass er mich da erwischt, gell? Ja, genau, da rechts, da rechts, gleich. Ja... Deshalb bringt's halt Odin nix. Wollen wir Odin einfach verbieten, Alter? Bitte, komm. Ach, Junge. Es muss sein, Simon. Was für Es muss sein, oder? Ich bin ohne, nein. Ja, Fakt so hat auch... Warte mal. Ich bin arg, nein. Ich bin aus. Ich bin aus. Warte mal. Ich bin aus. Warte mal. Das ist nur rart, also. Ich bin aus. Klami-Hug. Man, wieder zu zweit! Ja, nice. Rann einfach rein! Was fand ich? Ja, weiß ich nicht. Ich bin leidend. Ach, Junge, 6.62, oder? Was? Ein Blitzkampf? Egal. Los geht's! Die Zeit läuft! Hab ich denn grad Teabackt, oder? Ja. Irgendwem macht den Huhn sonst fertig, oder? Nebi, wenn du verstehst, wenn man Udin spielst, will man kein Udin mehr. Ja, bitte können wir einfach den verbieten, okay? Bitte kein Udin mehr, oder? Ich hab keinen Bock mehr. Ja, passt. Ciao. Was ist deine Mission, David? Wie du Udin angefangen hast? Ja, ich weiß. Ja, und der vielleicht nicht? Das ist genau so. Udin ist absoluter Obfucker-Webmäuler. Halt doch der Gusschen-CW. Ich bin einfach ohne der. Ja, ich weiß, er bleibt wegen der Mission jetzt. Letzter Leben der Verbündete. Wie behindert, Junge! Mann! Mann! Ich hasse, es ist so dumm! Mann! Das ist jetzt wenigstens... Mann! Ich bin Boot Diamond, jetzt zu ultra-tackern. Mann! 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 Wie viel damage hast du gehabt? 80 von 144. Ey, warum tue ich sprayen? Ich bin so dumm. Ich brauche das. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit einer Bulgocke hinter dir. Aber ich weiß nicht, ob das so smart ist. Oder ich werde auch beschreiben auf beiden Seiten. Aber Clemens ist besser als du. Was? Ja. What the fuck, oder? Ja, richtig kurz aim, oder? Ja, das habe ich ja gesagt. Du hast seine Fähigkeiten nicht. Du hast schon einmal Blenden gesehen? Nein. Oder Arme Tepin, nein. Arme Smok, nein. Ja, dann wirds aim, ja. Doch Smokend, oder? Smokend, oder? Ja, okay. Ja, bisschen. Aber jetzt anders. Ja, jetzt Concentration. Ja, get to heaven, get to heaven. Er ist unten in der Kammer. Geht du vor und spring von heaven runter. Der TP ist hier weg. Warte mal. Du kannst dann TP abcampen, ne? Ich weiß nicht, dass du hier weg bist. Er ist hinten, er ist hinten. Ja. Schoss nimmer. Renn weg. Renn weg. Ja, jetzt geht's hier mit raus. Ja. Ja. Oh Gott, du Euro, 2,7. Das ist halt so cool, Alter. Man, genau deswegen ist man auch ein Attackers. Was, Bruder? Fick dich, du Hurensohn. Wer hat die euch gelernt? Ich weiß, ich weiß. Alter. Alter. Junge, heute mal ein Guschen, Alter. Er war einer der Anfänger, der auf dem Discord war, Alter. Ich seid zu zweit gekommen. Ja, wer war der Erste? Nein, der Erste war ich. Ja, Alter. Von dir das ist kein Kerl. Wir haben leider gar nichts zu tun. Wir sind immer nicht so unfreundlich, Alter. Heute mal ein Guschen. Warum bist du jetzt auch ein Zimmer? Junge, du gehst Mitte. Warum hast du schon... Ach, Alter. Nee, glaube ich. Michi, nachher dann rankt. Jetzt spürst du keine normale Runde mehr. Was? Na. Nee. Wie kann er nicht sterben, Alter? Er ist... Er ist zur Wand gedreht. Ich balle am... Ob... Komplett. Das ist so unloblich. Tja, er hat da zugemacht. Das bringt es nichts hinzuwerden. Kannst du auch schiessen durch. Er wird da... Ja. Ich weiß schon, er muss ja nicht pushen. Ich würde sagen, lauf uns nicht einfach. Lauf! Lauf weg, lauf weg! Bin dann mal weg! Geh jetzt mal raus. Geh jetzt mal raus. Geh jetzt mal raus. Wach, Junge! Ja, die Ause. Hä, wie kann ich mir nichts da sein? Sucht meine Schatten. Sie werden euch verbergen. Brauch Ausrüstung! Na, schau. Na, schau. Na, schau. Man, ich bin ja nicht immer zu arm. Und kann mir keine gescheine Waffen leisten. Und ich bringe ständig gescheine Waffen. Ich geh jetzt bis morgen. Und könnt mich jetzt auch noch. Michi. Hilfe. Ja, was... Was ist... Nix. Was? Was ist daran falsch? Oder weißt du, wie viel ich dich einmal mit dem Kack gemacht habe? Ja, du hast gerade drei Gehülse. Das weiß ich. Nein, der ist. Er ruht short. Er ruht short. Er ruht short. Er ruht short. Das schaffst du. Komm. Wunder air. Ich glaube er ruht short. Also er ist short. Ja ja, ich glaube mal. Nice. Nimm es. Wendel, wendel, wendel. Komm, wir kennen das ja schon mal, dann haben wir Spike und dann ist unser Pader. Schau, Digga, ihr habt doch gesagt, es ist nice. Äh, Chargecam. Mhm. Ja, hey, hey, ich hab damit gekillt. Ja, ey, aber es ist nicht da genauso wieder wie das Odin-Zeig, also von dem her. Hey, aber wir haben doch gedacht, die Charge ist fair, was hast du doch gesagt? Also... Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab nicht gesagt, ich hab gesagt, Odin ist scheiße, mehr hab ich nicht gesagt. So ein A. Ja. Oida, wie kann der auch mit Stundern da sein, oida? Genetheven, das ist so. Wer ist der Nächste? Da war's ein Kleiner da. Er kann nicht da sein. Ja, Team. Ja, wenn, den Bulgok, ja, was sind wir? Wir haben ja nur davon geschaut... Ich will euch helfen. Geht ja nimmer. Was ist das hier, oida, geh einfach weg. Äh... Oida, ich fand dich gleich weg, der Sebi, oida. Sam, gucken, wir haben ein... Tu versus Tu. Spiel... Spiel einen eigenen Scheiß. Oida, lass den doch, oida. Der kann zuschauen sein. Ja, ich mach streamen für dich, okey? Aber Junge, ich krieg halt gar nix mehr auf 3, also von dem her unter die Leber nicht. Ich weiß, bei der Kultus-Shop ist richtig geil, aber... Ja, bei mir auch, ihr Prime-Fant sind wir doch... Was? Du mach auch einmal da so ein Smoke und einmal da, oder? Ist das alles? Da, wo ich markiere. Ah, das ist richtig scheiße, mach da, da. Nice. Na ja, ich hab da gepinkt, dann werd ich aufgeschrieben. Das hast du jetzt nicht gerade ernsthaft gemacht, oder? Ja, was? Was hab ich nicht ernsthaft gemacht? Egal, na, passt schon, alles gut. Was soll ich machen? Na, was soll ich machen? Man, das sind deine Güte. Ich bin nur Spider-Armblein. Ach, die... Das ist so... Los, los, los! Ja... Ich geh das mal in Mitte, also nicht in Spike. Aber dann geh mal in beide Mitte, komm, lass beide Mitte gehen. Beide Mitte B. Mitte bringt's nix, gib mir Spike. Ja, doch, weil dann denken sie sich das A und dann... Na! Ja, gut, Simon, Alter, ich hab dich verstanden. Die Schatten bewegen sich. Hey! Hey! Wie geht das? Ich geb einem 130 und er hat 130. Wieso? Er hat ja keine 130. Er hat dir 130 gegeben. Ach sooo! Rechts ist gegeben und... Also... Rechts ist aus deinem... Na, links ist der Damage und rechts, so wird er Dirk gemacht. Okay, und wusste ich mal, wieviel Leben das er kommt hat. Kannst du sagen, 6-0 wird Damage. Also er hat jetzt 20 Leben, weil er 150 am Max ist. Ach so, okay. Er ist ein Meld. Hier... Er ist ganz gut. Hier ist ein Meld. Er ist eine Meldung, wenn die Schatten sich bewegt. Interessant. Rechts, rechts, rechts! Puh, die habe ich dir gerettet, Alter. Hörst du das nicht? Hast du kein Headset oder was? Oh Gott, wie kann man ohne Headset Valorant spüren? Das geht gar nicht. Nein, nein, nein! B Mitte, würde ich sagen. Das ist halt so dumm, was jetzt nicht, was jetzt da kommt? Was machst du? Ich habe mir so etwas eingestellt. Willst du wieder steigern in die Mitte? Ja, ich hatte die ganze Zeit falsche Dinge an der Videoqualität. Ziemlich nice. Ach Junge. Ach Junge. Wann die Damage oder? Gar nicht. Oder kriegt man doch Stun-Damage. Nicht gut. Ja. Ja. Ja, wenn... Ah ja, ist... Bin ich noch mal. Äh, geh noch der Runde direkt auf. Weil da habe ich mir schon keinen Bock mehr. Ich weiß, dass neue Freunde zu finden. Ich spüle die anderen dann auch noch, 2w2 oder so, oder was? Ich weiß es nicht. Wenn die dann noch noch spielen, dann wird es ja gegen alle anderen. Ja okay, gut. Aber ich spüle nicht lang, wahrscheinlich nur so 20 Minuten maximal. Ja, ja, ich auch nicht lang. Ich bin ganz entspannt, nur ein bisschen. Gar nicht einschwerten. So in der Seebereiche rumbleiben, dass er besser ist. Hier bitte? Der Rank ist jetzt, äh, was für Sebi. Schiro natürlich. Oha. Ah scheiße, ich bin so los. Wer ist der Typ, der rumblehrt, dass er besser ist? Der Huttona oder der Schiro? Der Schiro ist es derzeit umbenannt. Ach so, er hat es umbenannt, nice. WTF? Ihr habt ja auch noch ohne ihn. Ja, sorry, ich hab's nicht super, ich hab's Bock gesehen. Ich hab's gar nicht gewusst. Habe ich auch danach gesagt? Boah, das bringen wir jetzt auch, Urien. Hallo, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Kein Problem. Äh, wollen wir nach der Runde, weil die haben wir ja schon verloren. Ich und Michi gegen andere. Gib was weg, gib was weg, gib was weg. Über Taktik. Ja, können wir machen. Warst du okay? Oder... Keine Ahnung, ist das... Ja. Wir können ja jetzt eigentlich schon, weil ich hab eigentlich gar keinen Bock mehr. Ja. Was machst du, Simon? Hast du nicht mehr Nachricht gesehen? Nein, hab ich nicht, weil ich vielleicht grad spülen würde. Rotate zu an! Rotate zu an! Rotate zu an! Rotate zu an! Das sind ja gar nicht alle gerade im Talken. Ja, nein, ähnlich. Ja, was soll ich machen? Soll ich schreiben, während wir im Fight sind? Und ich weiß ja nicht. WTF? Was soll ich machen? Ja, sag mal, was hättest du gemacht? Ja, die haben Urien, gell. Ja. Ja. Nein, ich bin ehrenhaft. Nein, aber der Clemens hat glaube ich, oder? Okay. Ja. Ja. Okay, das ist... Nein, ganz kurz, das ist mit der Führer. Ich gehe auch, Sarah. Tschüss. Junge David! Ja, tschi, doch der Leben. Ja, das ist immer gebrochen. Das bringt nichts. Das ist alles... Nein. Ja, Sassi, bist du jetzt gelieft, oder? Ja, Simon ist gelieft. Ja, ich bin gelieft. Ja. Ja, passt, ich lief auch. Ja, sag mal, das haben wir gewonnen, oder? Ja, bitte einfach. Ich hab keine Bock mehr auf das Tricks geben. Ja, okay. Was machen wir jetzt? Ja, okay. Ich und Michi. Okay, interessant. Ja, das ist aber irgendwie unfair. Bei Michi. Ja, keine Ahnung. Mach, du bist ja fast gleichgott wie Michi. Ich schon. Ja. Ja, dann ist ja kein Problem, oder? Ja, sowas in den Teams. Ja, sowas in den Teams. Was? 13-0. Okay, wir brauchen irgendwelche Teams, die gleich sind. Jocke Clemens und Schiro. Machen wir eine Vorstellung der Auto-Balance. Ja, wo ist es? Ja, wo ist es? Da unten rechts, aber. Aber Simon und... Mach mal Auto-Balance, mach mal Auto-Balance. Ja, machen wir. Es geht nicht. Es geht nicht. Da steht mehr Players are needed to enable Auto-Balance. Aber Simon und Bug-Church passt das? Ja, ich schon. Ja, ich schon. Ja, ich schon. Ja, sowas nicht. Ja, Shiro hockt ihn um mich. Für andere Möglichkeiten, ja. Ja, klar. Ja. Ja, mach mal Ascent, oder? Nein, Bein, komm. Was geht's? Nein, sicher niemand. Ach, Digga, ich hab keinen Bock mehr. Doch. Nein, ich mein, auf Ascent hab ich keinen Bock mehr. Ja, also Bein. Ja, okay. Ich ruf euch auf, ja, okay. Ja, warte kurz. Simon, warte mal, wie in der erste Woche? Donnerstag? Also morgen, glaub ich. Nein, übermorgen, glaub ich. Aber ich bin mal sicher. Donnerstag, oder? Ja, Donnerstag auf jeden Fall. Aber, ob's da übrigens... Simon! Ja, ja, Alter, ich red grad, Alter. Ja, okay. Machst du rum. Simon und... Ja, können wir bitte nach. Hier geht's bitte auf, danke. Ja, ich ruf euch jetzt. Ich hab keinen Bock mehr auf eurer Stimme, Alter. Du brauchst nicht lachen, Säbe. Auf deiner, wir haben wenigstens Bock. Was hab ich gemacht? Also, Jungs, ich sag, sie, ich hab was. Warum? 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 Du darfst nicht neifen. Du darfst nicht neifen. Du darfst nicht neifen, Säbe. Nein, 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 nein. Jetzt nicht. Ich sag's nur noch, wirklich, David. Klar, gewöhn dich einfach ab. Das ist einfach nur dumm. Wenn du das nicht reißt, oder so. Was? Ja, versuchen zu neifen. Ja. Es funktioniert zwar manchmal, aber... Ich weiß auch, ob gleich beide instant taken. Fade und Ding. Äh, entweder Prim. Wenn du ihn nimmst. Hallo. Prim. Bist du nur da? Ja. Ich kann Prim, Chat, Phoenix oder Race. Wenn du ihn nimmst. Nein, Race, Race. Du bist... Ja, nimm Race. Weil du es nie checkst. Und mit Prim, Prim darf ich auch feiern. Nein, weil ich bin fast Mocker. Prim darf ich nur mehr feiern, eigentlich. Nein, nimm, nimm Race. Äh, nimm Phoenix oder Race. Äh, nimm Phoenix oder Race. Ja, ist egal, wir brauchen die Blinds. Ja, ist egal, wir brauchen die Blinds. Ja, egal. Bist du, dann nimm Race. Äh, nimm Race. Äh, soll ich Phoenix nimmer? Oder race jetzt? Was, du, wie seine Dill... Blitz? Wer soll ich nimmer? Race oder Ding? Ja, ich hab schon was gesagt. Auf wenn hätt' e-book, e hätt' phoenix bocht. Soll ich einfach probieren? Soll ich einfach probieren? Nimmst... Auf wenn hätt' e-book, e hätt' e-hätt' phoenix bocht. Danke. Ja, okay, ähm... Du sagst, der ist so gut, wie du da äh, äh, Dings David. Äh, schlug ich's. Ist ein Stimmel auch besser als du? Nein, ein Stimmel ist glaube ich sogar ein bisschen schlechter. Aber gegen Michi weiß ich nicht. Aber ein Stimmel ist 47, warum ist er leicht so gut? Weil er gut ist. Ich kann zwar eine Chance gegen ihn haben, ja. Ist er jetzt besser als du oder schlechter? Leider muss ich sagen damit, jeder kann eine Chance gegen jeden haben. Ja, äh, CeWi hat klar nie gehabt. Ist das, ja, das ist so smart, das ist so smart aus. Immer ich und Clemy auf eine Seite gehen und dann gar nicht alleine. Ja. Oh, die Match-Time war passiert. Ja, knapp. Ah, na, na. Na nicht. Nein. Na, Digga, was für Infinity Funnel? Oh, da willst du wohl die unendliche Moneten, Anno, hä? Kommst mal. Ja. David, lass es doch einfach. Nein. Ich dröne auf auf. Lass es. Niemand will den ganzen Tag. Es geht. Es geht schon, sie will. Ja, wir sind Defenders. Ne, Piepenkleber. Oh ja, absolut. Ich muss gucken. Es ist doch bei mir, bei mir, bei mir. Komm, 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 komm. Ja, Entschuldigung. Komm, komm, komm. Ja, Entschuldigung. Wir sind irgendwie Hacken in dem Spiel und an Teleporter. Ja, es ist der Mann, der Kummer. Ja, bin ich, Alter. Ich bin so schwer wie ich es gerne kenne. Ja, noch 5 Sekunden. Ich hab's diesen Unbrunk nochmal, ich hab's euch München. Ja, mach die Marke. Warte, wirf meine Granate drüber. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Komm, komm, komm. Dann wird dein Einmal sein. Ja, okay. Hier bin ich drüber, da ist dein Einmal. Ja, bitte. Doch, da ist doch! Der was der Leben der Verbündeten hat. Ja, ich hab's dann bekommen. Das war die hier. Kostnink, du hast keinen ganzen Verlieren. Ja, ich hab's dir. Ha, er klemmt da mit einer Scheriff. Versuch einfach! Ja, nicht so scherben, das ist schonmal... Der ist schwer. Ja, ich gebe ja viel. Komm Clemmi, komm B, da ist schon der andere. Der Arbeit ist gar nicht mehr da. Ja, dann geh auch, komm Clemmi, komm B. Ja, ja. Und Clemmi, was machst du? Komm B, und nicht pieken. Nicht pieken, einfach da so kämpfen, wie sie gerade tun. Sie müssen bleiben. Ja genau, kämpft da, kämpft einfach. Ich habe einen bei euch. Ja, bei mir, bei mir. Komm. Ja, Junge, der hat Wendel. Wieso kauft der Trainer, was ist der Trainer, Junge? Junge! Holy Shit! Weißt du nicht? Hä? Hä, wie hat mich jetzt er gekillt? Sage ist doch sie, Mann. Ich bin doch gerade vor einer Sage gestanden, nicht vor einem... Jo, oder nicht? Hallo? Kann mir wer aufklären? Ich gehe wieder, äh... Ich gehe irgendwie zweitens mal an, David. Nein, ja, geh du mit, äh, David mit. Ich bleibe alleine im B, falls später. David, was sagst du dir da? Nein. Ich gehe mit dir im B. Du musst beliefen. Keiner. An die Arbeit. Versuch einfach, nicht zu sterben. Wenn du siehst, warte auf uns. Weil da haben wir mehrere Schampfen. Nicht, ach so. Ah. Ja. Jetzt ist er vom Jürgen. Ich sehe jetzt noch nichts länger, aber sie ist dann safe vom Jürgen. Ja, ah. Komm, da hat das vor dir, das vor dir. So, lass dich. So, lass dich. Ein Gegner übrig. Uh, Wendel. Er hat kaum gleich gefressen. Ja, hat noch. Nice. In serious. Nice. Wendel, hab gestoppt. Erster Kill, Nate Kill. Find ihn nice. Nicht mehr Pisteln, ey. Ja, aber für was brauchst du denn, wie der Sheriff? Hä? Für was brauchst du Sheriff? Das ist guter E-Mails. Nehm doch den Custom-Game-Sigar, wenn ich's mach. Ja, okay, passt. Ja, stimmt. Da kauft eh keiner. Ja, eben. Du hast ja nur gesagt, wann... Ja, ja, passt, passt, passt. Die Klicht muss was in die Luft jagen. Was ist das für die Mühle? Kämp'n, Jungs, Kämp'n. Und wenn euch wer sieht, warten auf den anderen. Oh, den hab ich schon jetzt nur noch. Einer markiert. B. Ja. Ein Gegner übrig. E-Mails Spike. Ja, nice. Kämp'n einfach. Timmy kämp'n bei dem TP. Der kommt, der kommt, der kommt. Wer ist der Nächste? Da, der kommt links zu mir. Der kommt da vorn. Ja, ja, ich jetzt. Ja, nein, er hat Ulti. Er hat Ulti aktiviert. Achtung, da wird. Bist du alle bleiben, schaust du? Ich hab's ja schon. Er ist doch! Junge, ist doch, Sebi. Er hat's gemerkt. Letzter Leben der Verbündete. Oh, nein, er hat Spektra. Er kommt, er hat geschossen. Er hat's gelassen, er hat's gelassen. Er hat's gelassen. Ja, Entschuldigung. Dann sagt sie, dass ihr hier informiert. Ach komm, was... Hey, warum, Dreier? So, ich hab's jetzt. Krieg ich ein bisschen Beute? So, ich geh mit diesem... B. Oh, die. Ja, Clemi. Du geh... Ja, schön. Du geh auch. Schönes. Ja... Ja... Ja was, wir können... Ja... Ja, passt schon. Wann er die sieht, Clemi? Dann... Versuch nicht, ihm abzuknallen, sondern versteck die einfach hinter die Wand. Da kann er die nämlich nicht abknallen. Wir sind Defenders. Einfach nur schauen, was sie sagen. Mehr nicht. David, mach dein Suchding. Die ist ein Ding, die ist ein Ding. B. 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 Bei der A, ich mach meine Kugel, dann seh ich, ob es da ist und ja. Ja, einfach nur schauen, ob es da ist nicht mehr. Clemens, was machst du? Achso, ja, genau so. Es ist A. Ja. Ich hab's noch nicht gesehen, aber es ist A, ja. Ja. Ja, es ist A, es ist A, es ist A. Ja, es ist A, es ist A, es ist A. Granate! Granate! Junge, selbe! Ja, hinter dem Bus, wann er hinter dem Bus gewesen war, war er das? In dem Gang, in dem Gang! Junge, von beiden Seiten mit Wemme! Leute, Junge, traut dich an, Junge, ich bin dead! 14 Heals! Aber sie haben auch ein gutes Tuch vor, also A geht einig und 7 Heals. Ja, hier haben wir Bullgoggle. Und der B geht. Jetzt war geht's A. Also gehen wir ja meistens ab. Und Clemens hat zum Beispiel sowas wie die E-Attacken, die du sowieso immer hast. Use einfach! Du musst deine Dinger nie! Und? Doch! Meist du dir? Zu wem sind? Nein! Dann werden wir mal in mir an, ne? Okay! Und alles was, ihr Klon! Komm! Ich komme, ich komme! Ich weiß es nicht, aber... Ey, RTU ist immer gut! Kennst du das schon? Ich bin da! Ein Gegner übrig! Ich glaube, dass du... Sage ist bei mir! Ich kiel ihm natürlich nicht mit dem Kanal, weil er ein Problem hat. Aber... Also, die jetzt nicht... Ich glaube, ich müsste eigentlich nur den Joko ausschalten, ne? Ja, 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 hey! Dann ist er einfach... Dann kiel meine Nades und so. Ich kiel meine Nades und so. Ey, so wirklich... Aber, die geht fast schärmen! ich bin der einzige der von euch und hier was machst du mir einfach nur kämpfen Schau, wo ihr könnt, oder? Sexy verschenkt. Dann spielt Bookchurch nur zwei Runden mit und dann geht er ab. Bookchurch spült nur zwei Runden mit. Es ist Sideway B, nur so irgendwo so, gell? Ja, ja, genau. So in X. Die Peri drüber. Wie wirft der Granate? Scheiß Granate, oder? Junge, du kittest mich, du Idiot! Hey, was? Junge, du hast bei 70 damage dropped zum 80. Ich hab den angekillt. Also, sieh mal. Ich hab auch 80 damage. Habe ich gesehen. Das ist doch. Na, nicht doch. Mach doch der X! Das geht ihm doch. Hütter das durch? Na, vielleicht nicht. Hä, wüsst ja. Weg! du hast keine angst vor dem chaos das du verursacht das macht doch flächende es geht also aber durch die dünne wand er war scheiß kohle ja ich bin alleine ist sie noch da oder nicht? nein es ist A 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 ja ja das ist A ich nehme gut geht von da ich nehme gut ich nehme gut ich nehme gut geht von da er kommt da von da ja es ist so typisch wieder wenn man genau da wenn man hinter die Ecken schaut dann kommt er und nein sie weg ich spiel mal ganz normal hm ich spiel mal ranked oder so ja dann gehe ich jetzt auch da ein bisschen da ja los ranked spielen ok wenn ich gleich beide auch dann bin schon aus der Runde ja!! ja ja Das ist nur ein Spiel. Ja, ich bin nur ein Spiel. Ja, du lief mir. Es sind beide gelieft. Ja, klar, klar, klar. Es sind beide gelieft. Es sind beide gelieft. Es sind beide gelieft, Alter. Es sind beide gelieft, Alter. Es sind ein Knife. Lai, willst du dann mal aus der Runde gehen, weil ich kann noch mehr spielen? Ja, tschüss, dann kann ich... Ja, was ist denn... Ich bin ein Knife, Mann. Ich bin ein Knife, Mann. Check, du weißt jetzt? Klein und... Klein 31er. All Huh? Das ist immer so klein, 30er. Ja, das ist der größte, kleine 30er. Ich hab was zu lief jetzt. Ja, lief. Was geht? Start. Okay, mach ins Lock um. Ja, ins Lock dein Kackbonomen, Alter. Ins Lock? Gib mir auch schon den Sack mit dem Moment, Alter. Legit, du gehst. Oh, warum hast du Wart nach Heaven? Okay, fuck, jetzt hast du Ringnummer. Du hast doch gesagt, dass ich es nicht machen kann. Und ich mich sehe, oder? Äh, nein. Ich hab doch nicht gesagt. Nein, Digga, doch nicht Heaven. Heaven ist ja komplett... Äh... Ja, nimm die Neichel. Ja, geil, sag ich schon schon weg, nochmal. Dann werde ich einfach mit Kayo und dann auch gewachsen. Kayo oder... Äh, Firon, Jini, Neichel. Kann ich mal Kayo, nimm mal, äh, Deutsch? Wenn nimmst du? Firon? So. Was? Ja, ich kann nicht gehen. Ihr Brainer, Kno. Ja, nice, okay. Das ist der Ring, Tron. Ja. Ja, come on, guys, we have to win this. Concentrate. Ja, so. You're the threat. Okay. Nix sagen wir mal. Nix sagen wir mal. Nix. I want to lose. Can I lose, please? Why want you to lose? Was hast du? I want to lose. Why? Alter, ich will einfach verlieren. Ah, ja, stimmt. Schau mal, wie hier ran. Schau mal, wie hier ran. Schau mal, ist auch nicht auf der Müll. Schau mal, Herr Martina. Schau mal. Schau mal. Ich bin vielleicht, wie... Was ist denn, wie? Was ist denn, wie? Schau mal. Obwohl, na... Warte, na, was redet? Na, bin jetzt. Na, bin jetzt. Na, bin jetzt. Ja, okay. Geil, ich darf ja nur anfangen, wenn ich es brauche, damit ich den will. Ja, jetzt brauche ich es. Schau mal, kannst du es bitte kaufen, Teewee. Ich denke, die Wurzeln... Someone go A, please. Someone go A, nice, nice. Ich brauche Odin. Teewee, darf ich nicht mal was sagen? No, no, that way we can win. Teewee, ein kleiner Tipp. Folg nicht immer deinen Mates. Also, folg nicht immer mit... Soll ich mich, soll ich mich, soll ich das machen? Dort, äh, drüben? Na. Achso, warte mal, da kannst du es machen. Da ist nice. Da. Ja, Maria. Ja, da. Und nicht da, wo du machen kannst. Das war falsch. Ich habe mich gegen die Wurzeln. Ah, das ist auch. Mama, Mitte ist es auch noch? Schau mal. Schau mal. Schau mal. Was? Was? Das ist auch. Jetzt ist ergeist. Okay, wo fasst du? Ja. Ja, wenn wir nicht noch reden. Junge, es zieht der Arme nach mir. Arme nach. Oh. Es ist echt gar Damage, Juro. Oh, na? Du hast den Ghost skinned. Kann ich dann in der nächsten Runde den Ghost skinned, bitte? David? Kann ich dann in der nächsten Runde den Ghost skinned, weil den wühlt er mich auch. Ja. Sheriff! Oh, nice. Er hat einfach nicht geschafft, um den Sheriff zu können. Ja, ich mache Sheriff only, oder? Ich mache die Scheiße jetzt. Ja, wer bist du denn? Achso. Soll ich die Fakke wohnen? Ja, verkauf deiner, verkauf deiner. Ja, es geht jetzt schon bis heute früh, oder? Oh, es geht aber nicht, Alter. Wir werden... Oh Gott. Heute wird er erst aus Spectre kauft. Ja. Ja, dann gibts ja mal viel, David. Ich muss nur einfach drauf drauf drauf. Scheiß drauf. Schauen wir mal, da bin ich. Und... Ich glaube, ich bin... Ich bin in C-Bild mit David. Ihr seid. Ja. Eure Mama, hör doch einfach mal auf. Ui, da wie ist diese Wurz von oben. Das ist schon mehr, oder? Da ist ja was auf da. Aber der ist hart, der zu können. Wo sind die? Keine Ahnung. Ähm, Bino. Moose Guns, Moose. Um das Albino nachschauen. Ja, wie die ganze Wüße. Ich weiß nicht. Vielleicht ist halt Scheiße in Aussprache, wenn man sagt. Ja, jetzt A. Jetzt A. Nice. Besser ist es auch. Aber die Runde mag ich nicht wieder, Sheriff. Weil die holen wir jetzt gleich Operator. Schau, Smart, oder? Kleine dritte Runde, oder sogar Operator. Schau, geil, oder irgendwie? Schau, geil, oder irgendwie? Uuuh. Jetzt bin ich gar nicht AfKa. Nee, C. Was ist? Wer ist AfKa? David. David. Ja, er ist nicht AfKa. Was? Ja, er ist nicht AfKa. Ich bin tot. Gestorben. Es ist, es ist C. Leidertal. 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 Leute, warum machst du doch Blende, Junge? Wieso denn da jetzt mit dem Operator den Tötel? Los. Und dann los. Glatier. Hey. Hey. Na Deepitation. Ja, ich bierdere width und valoe. Hier sind doch alle Tyren. Hier haben wir. Hier kam einfach nur zu. Na, oh mein Gott, oh mein Gott! Hm? Letzter Leben der Verbündeter! Na! 140er Scheiße! Na, 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 na! Na! Das gibt's nicht! Ich hab... Er war hinter der Box, ich hab noch nix sehen und dann... Alter, na! Das kann man nicht missen! Das darf man nicht missen! Fuck, was war das von mir da? Kannst du mir das erklären? Ich bin der Scheiße! No way! Ja, okay, geh an! Ich... Ich... Ich spiel's ne Schorki, das ist ein Freund! Mann, wie bäh! Ah, das war so dumm! Hast du... hast du mal zugeschafft, Alter? Hallo, hast du mal zugeschafft? Bist ja nur da, oder? Mh... Na! Ja, ne... Aber da können wir folgen! Jetzt immer deine Mitspieler! Und jetzt? Juuuuh! Einen... Einen... Geht mir aus dem Weg! Blende! Keiner Polkorene! ... Landet noch im Armschess Schussweiser! Er kann sowieso nix machen. Hinter der Wand kann er mir helfen. Trotzdem. Warum hast du trotzdem, Junge? Ah. Junge, lacht. Halt's Maul, ey. Du hast ein Kinder. Ich bin ernster. Ja, toll. Was sagst du mir, Junge? Woher soll ich riechen, dass du nur vier andere kommst? Wo ich eh drei schon mit einer Stinger zerlegt hab. Ist ein Scheiß-Better-Werste. So cool, ich hab die lieber nicht. Diffuse. Nein, ich hab die lieber nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein. Warum hat die nicht Diffuse eigentlich? Also, fake Diffuse. Diffuse, Guy. Don't worry. Knall. Ja, it's okay, but... Das war doch nicht knall. Please, eh... We don't have... Much time. Nice. Five second. I see that I have time. I just wanted to un-ult and... Don't worry. We have a lot of time. I mean in our life. We don't have... Uh... Enough time. We have not... A good name. We have not... A good name. Uh... One should go A and one should get CB's. I don't like your name. Baby? Huh? Hm? Ich muss sowas berechnen. Wer? Mir? Ja, ich. Was? Ich hab grad deinen YouTube-Account gemeldet. Cool. Wo warst du sein YouTube-Account? Es ist FIFA, oder? Wie viele Abonnenten? Ja, wer? Was für ma... Hä, was für dein? Äh, CB-san. Ach so, ja, das passt auf. Ach so, ja, das passt auf. Hast du Panther-Approach gemeldet? Ja. Das passt auf. Das ist gar nicht mein Kanal. Danke, David. Warum danke, David? Ich hab gar keinen Kanal mehr, geil, David. Die Fuse! Die Fuse doch! Die Deft hier! David, gar keinen Kanal mehr. Was für die... Was für die... Du... Warum hast du denn gemeldet? Von der anderen Seite! Was für die Fenden! Ja, wie soll ich von beiden Seiten die Fenden? Ich hab jetzt zwei Augen nach... Warum hast du eigentlich gemeldet? Von, äh... Hallo? Hallo? Ja, und... Dad, warum hast du dich gemeldet? Ich sehe... Da hab ich Bock gehabt. By the way, das bündelt die. Ja, ist sowieso egal, aber... Ja, sowieso ist auch nicht gewarnt. Grundlos. Was... Was hast du eingeschrieben? Warum... Warum sind's... Grundlos mich bannen? Was... Ich hab ja noch nix da... Ich hab ja... Jetzt kein... Irgendwie... Äh... Was hab ich gemacht denn? Oh... Wegen was... Was hast du mich... Wegen was hast du mich gleich gebannt? Mob... Mobbelästiger. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hab ich in irgendeinem Video deinen Namen... Äh... Deinen Namen schlecht gemacht? Na... Wenn du spielen... Wenn du spielen... Dann spielen wir... Junge, du bist sowieso nicht gebannt. Das ist schon dein Leben. Was hast du gerade gesagt? Ohhhh... Erzählt. Dass du sowieso nicht gebannt wirst. Ja, ähnlich, aber trotzdem. Ja, dann schon dein Leben. Also ich würd besser... Spike in A. Ähm... Was? Ist das A? A. 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 Was? Junge. Sehr logisch. Sehr logisch. Kann ich mich aufhören? Ich bin aufhören. Danke. Sehr... Sehr logisch. Wenn man... Wenn man aimt... Nicht auf derselben Stelle wie wenn man... Nicht aimt. Sehr logisch. Und genau deswegen... Aimee. Ob ich früher lieber geaimt wie nicht... Lauf einfach. Lauf, lauf jetzt. Ein Gegner übrig. Warum? Ja... Weil er sonst sterben hätte können. Na, er war... Er war eh immer rein. Ja, das hat eh was. Aber er hätt von der anderen sterben können. Von der... Junge, die hätt mich nicht erwischt, wer's gerennt ist. Aber sie hätt die killen können. Na... Wanns mich nicht... Ach... Warte, du bist ja nicht rein. Du hast geworbt bis sie kommt. Und in dem Moment hätte sie ja... Hätt sie die ja kennen können. Junge, die will sie ja aus der Zone. Und wann sie aus der Zone rennt, dann kann sie nicht gleichzeitig schießen, weil sie nix damit trifft dann. Ja, trotzdem... Es wäre die Möglichkeit, dass du gestirbst. Na, war's nicht. Ja, doch. Mach's morgen mal da hin, oder? Was machst du, oder? Ach, Digga. Du sollst nie deine scheiß Fähigkeiten nehmen. Oh, nicht. Ja, warum hast du nicht geblendet? Dann hätten wir ihr oder du die Wendel nehmen. Du hast logischer das Spiel nehmen. Äh, spielen. Du hast zwar ein gutes Aim, ja. Aber Aim man auch nicht bringt in dem Spiel nix. Also schau, aber... Ich mach eh meine Fähigkeiten. Ja, manchmal. Aber nicht oft. Na, oft, oft. Na, was? Nicht? Junge, ich spiel oft alleine. Sei leise. Das weiß ich, Ron. Ja, super. Trotzdem. Ja, eben. Hast du dann Smokey gemacht? Verhält man wahrscheinlich Gunnar. Ja, doch. Weil mit deiner Wendel habe ich mehr Chancen, Wie mit deiner scheiß Dinger, oder? Ja, ich bin ja leer jetzt. Ja, er trotzt dem, Junge. Dann war die nicht gestorben. Ja, und? Ja, du auch nicht. Ja, und? Dann hast du nichts los. Geht sie doch einfach mir? Ja. So, Gordian. Ach, Marsch. Ja, da hat, ähm... Also, wegen... Das, was ich halt in der Schuld gemacht habe, ist gut, oder? Nein. Ja, ne. Ja, einfach auf. So geht's. Ist ja ganz ehrlich. Biese. Tötet meine Kopie. Hm. Ich will's gar nicht. Schalte sie ab. Der kommt unterwegs. Oh, es ist B. Es ist B. Es ist B. Es sind ja Drei unterdrückt, leider. Und da halten sie an uns. Ach, komm. In welcher Word? Der schließt irgendwo hin und trifft euch. Die sich doch auch... Warten wir jetzt gleich. Versuch mal ein bisschen. Wiedersache, wir sein hinten. Egal. Ich bin da mein Nass. Du hast gut gekißt. Lade nach. Oh, so ein Messer eingesetzt! Gegner unzerdrückt! Sieh, drückt mal rechts Flick! Sogar flick und sneak! Nice, Alter, schau dich an! Schau dich an, Blind! Er hat nicht mehr gesehen, wo ich bin und ich sehe Geld. Also ich sehe nicht, aber ich sehe Fehler. Okay, ja. Oh, schau, du musst zugeben, da spielst du auch gut, oder? Jetzt hab ich grad einen Flow. Ich hab zu, ich spiel gut. Sorry, was ist gerade? Auf Englisch? No, at the moment. Sorry. Was ist gerade? Jetzt hast du Wissen, ey. No, hast Wissen. Sorry, no. I'm lost. Ich hab wieder Angst. Aber warum hast du kein Englisch lernen, oder was? Junge, ich bin zweiter Klasse. Ich glaub, wir sind jetzt aber enttäuscht von dir. Nee, ich glaub nicht für dich. Er hat hinter dir gesucht was, ne? Nein, so, da können wir schon, ich hab dir wie die Defender da, oder wie ein Jesus. Wie ein Jesus? Ja, nein, Alter. Schau, er war in Gefahr. Ich hab gewusst, Junge, der muss gerettet werden. Da kannst du ja, wenn du wieder zukommst, dann halt ihr Bauch auf. Danke, ich nehm's ja schon. Ja, nehm das, passt da. Mir ist sowieso egal, was ich nehmt. Hier kommt der, der Sombu. Ablau. Die Farbe, der Farben. Der frue Vögel fängt den Wurm. Wie man so schön sagt. So schön sagt. Pau, mit K.O. bin ich auch gut auf der M.O. Also, bin ich mit K.O. Bin ich mit K.O. schlecht mit, oder? Eigentlich bin ich mit K.O. gut. Jawohl, der Messer war jetzt komplett kacke, aber trotzdem. So, finde ich, ist's nicht bad, oder? Ja, ich dachte mal, lass ein bisschen kurz. Ja, fuck. Junge mit A, das ist zu. Alter, was? Sie werden halt wahrscheinlich jetzt Bege. Ne, das ist ja gar nicht richtig. Der oder das, man gelandet. Das ist doch auch. Wenn du spielen willst, spielen geht. Ein Gegner übrig. Reuna. You can do this. Use the... Flashbang. Flashbang. Laude nicht nach. Sicher. Noch 30 Sekunden. Er muss blenden. Die Tür einfach. So. He has to plant. Not, not I. I think it's rotating. Ja, anderen. So B oder T? B. So weit kommen wir hin. T. T. Ja, wir können ihn ja wohl zu mir beprüfen. Wir wissen, dass... Nein, ich sehe alle nicht mehr prozentieren. Ja, das ist sicher. Mhm. Doch, meistens sind wir ein paar zu sicher. Weil wenn man bei B ist, hört man das Klicksen, wenn man vorbeinimmt. Ist schon. Ist schon. Aber egal. Aber auch wenn man Mike hat, sagen. Aber man hört es. Dann hört man es. Der Zambi ist gut, wenn die Gegner da ziehen könnte. Scamp ring in the court. Renn, renn, renn. Los, dann auch renn. By the way. Wir wollen ja nicht, was du willst. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo du innen kannst. Die Ops nur man. Der Zambi ist bestimmt auch wirklich bekannt. Ich weiß nicht, wie du will. Ich weiß nicht, wo du die Ops nicht er chromst. Ja, sag mal, da hast du alles. Ja, was ist? Der David da raus. Na, da kann er nicht. Der Darab mir keinen Aufholter geben, wenn er pleite ist. Ja, das ist auf jeden Fall mein AC. It's A oder B. It's A auf jeden Fall. Ja. Ja, die muss. Ähm. Ich stimme jetzt in Heaven nicht, aber ja. Was war denn das? Ich bin gerade ranked, oder? Ja, ich bin gerade ranked. Oh, da kann ich die markieren. Boah, Sputzen. Jetzt wurde die markiert von dem... Auf jeden Fall. Thanks. Junge, was ist das immer für ein Reboot? Nein. Uff. Damn. Geil, jetzt ist mir da noch. Totaler Windel. One main. Ein Gegner übrig. Spike in A. Schau die Sonne da. Sheriff. Sheriff. Das war Sheriff. Ist das zu eng, David? Sheriff wohnt her. Bam. Dead. Bam. Ja, ich hab Credits. Ich weiß nicht. Wann wer Wände braucht oder so, oder? Zweite Woche, frag Sheriff an. Okay, Stevie. David, du kannst auch... Ah, ich frag Sheriff. Frag ein. Frag Sheriff an. Raus ist sowieso. Danke sehr. Kann nur was kaufen. Für dich, kleine Schwester. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Die kauft lieber irgendwie gekackt worden. Also du bist. Ja, jetzt eher die Raffi. Die aktiviert dann mehr Ult und falls ihr dann still wollt, Rescue wieder. Einer tut. Da läuft nicht. Irgendwie... Oh, es ist B sogar. Und dann ohne Mitte B. Hä? Ne? Ne? Ne, den B. Die ist rein. Spike in Mitte. Spike ist in der Mitte. Was machst du überhaupt, was du gemacht hast? Dass ich unsichtbar bin. Ne, die Ult ist Andere. Ja, dass ich unsichtbar bin. Ohne nicht angeschlossen werden kann. Na, was machen dann nicht? any von der Trech vergenommen wird so. Ich schreibe die Person. Ich schreibe die Werte. Es gibt es einen noch. Ich schreibe die Werte. Ich schreibe die Werte, wie wir sehen. Ich schreibe die Werte. Ohne Werte. Ich schreibe die Werte. Wie Damage hast du gemacht? Äh, 50 Damage an Fang. Das ist mir, also wenn du das nicht schaffst. Das ist 5. Das ist das erste Goat. Ah nein, das ist nicht das, aber wir dürfen. Sollt ihr das nicht schaffst, wenn du das nicht schaffst? Was? Ein Landing. Egal ob ihr. Ein Landing. Ein Landing. Aber David, spiel grad gut oder nicht? Schau eigentlich, oder? Ja, passt. Was für Bast, merkwürdig du. Aber weil du Rainer bist. Ja, passt. Wir merken, dass du jetzt. Habe ich irgendwas behauptet? Weil du nur schon wieder so sagst, ja, passt. Und jeder mal behauptet, dass ich... Ja, weil ich müde bin, Junge. Und das immer, und das immer... Ach, egal. Let's go, ey. Äh, wait, let's go. Ey, yeah, let's go, ey, let's go. Komm, ey, gleich. Ähm... Schau mal. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Klein da, bitte. Klein da, mal. Da. Dass wir vorbei pushen können. Das ist klein, ne? Ja, ey, ey, ich muss selbst kommen bleiben. Ja, hier. Ja, hier. Mann, Alter. Schön, schön, schau. Ich soll jetzt... Ich soll jetzt... Käufe. Weil sonst alle draufkommen. Oh, na, die kämpft... Ja, kämpft da oben. Fuck. Ah, komm, ja. Die schaut... Die schaut... Na, ich schaut Klimi. Komm, Klimi. Schau, die Leute. Bam. Er hat... er hat fang. Und hast du hat fang? Fade. Fade. Fade, alles stimmt. Nicht! Warum tippest du da hoch mit Shorty? Was ist mit dir? Was machst du? Warum tippst du? Ja, was soll ich machen? David, hast du dir irgendwo zugeschaut? Ja, habe ich. Das war schlecht. Ich weiß das nicht. Oder? Jawas. Ja, äh... Mann. Ja. Er hat der Ghost nur gewöhlt. Ich will deren Leben, nicht euer. Ich fühle mich nicht. Fem atmet weiter, oder? Let's go B, aber... Oh, B... Ja, let's go A, okay. Let's go A, okay. Oh, no! Ja, let's... Na, let's go... Let's go B and then to C. Ähm, from... Here and... Here and then... Here. Here. Claim me blind, Dora... And Dora. And Dora. Ja, nice. Ich bin da so klein. Warte, ist da wer? Nochmal? Ja. Die Elfen, wo, Gott? Der ist wer da auf. Dora. Ich bin da... Wo, Gott? Böse, Kinder. Oh. Genauso. Du, co! Es ist wer hier noch. Da oben? Ja. Ich bin, da oben. Guck mal, Guck mal, Guck mal. Aber sie sieht denn nicht, wann der da oben hastelt. Spiele was ganz Ähnliches. So, ich möchte das sagen, dass ich gut spüre, oder? Schau mal her, David. Let's do the same again. Guys, come to me. Let's do the same again. David, diesmal das machen, weil du erst auf das Fenster kommst. Und... Und Dora. Schalte sie ab. Was? Ich bin bei A, bei Lue. Ich bin bei A, bei Lue. Ich bin bei Double Power. Da kämpft doch recht, Junge. Junge, hey, das ist ja wirklich nicht viel zu kleiner, A-Sozial-Skin. Ich bin bei A, bei Lue. Ich bin bei Lue. Ich bin bei Lue. Oh, der... Sieht auch mal um die Power, oder? Lue. 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 Ich bin bei den Gegner, oder? Wollt. Lue. Lue. Bleig. Ja, ich bin bei Lue. 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 Ich bin bei dem D-14. Arne, Verdi, Marietta, und Verreka, wo er? Da ist er Bulgogger. Wenn du da irgendwo. Wenn jemand, äh, Samu, nieder Bulgogger... Okay, wir hören Bulgogger, wenn du klarst. Let's go see, guys, see. Let's go see. Ich weiß nicht, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Let's go see, guys, come on, see. I'm just going to find someone. Okay, ich muss nicht nachvollen. Da, guck mal, wir sind hier unten. Das war ein Gehirn, unterdrückend Schling. Mach schon raus. Push and plant and I give you back up, man. Es ist so... Oh, danke. Your choice is near. Plant, 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 plant. Plant, 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 plant. Can I make ice, please? Nope. Messer eingesetzt. Ich hab ein Bild A. Ja, ein schöner A, bloß so wie wenn A ist. Aus. Das war ja nicht. So, das war ja nicht. Ich hab kein Einfluss. Ja, ein Teil. Ich hab ein Bild A. Alles, das war ja nicht. Oh, das war ja nicht. Dann habe ich einen sehen. Ich habe einfach das Pfeifen. Aha. Nein! Ähm... GG. Ja, Pa, ähm... Wo war die? Ich hab die gar nix gesehen. Ob die in der Zuschauer kommen ja auch, ja? Die geht wieder, weil es war wieder so klar, dass ich nicht sehen will. Let's go A now. Oh no, let's go B and then to A. That's a good tactic. That's a good tactic. That would give me A. Let's go B and then A. That's a good tactic. Let's go B and then A. Ah, forget it. You will not tremble to me, then I think so. Okay. Oh no. Oh, what is that? I don't know. I don't know what is that. Oh, that's all that. East is B. Jungs, ihr müsst B, Klinge, geh doch B. Hallo, ihr bin B geplantet. Go B, I plant in B. Ah, warum rennt ihr eigentlich A und in B plantet? Das ist dumm. Sie werden sich folgen. Alter. Ah, dieses Gefühl. Hey, ich bin nicht der B. Nice. Sie schaut mal bei MVPs. Du sollst auch nicht ein Gruner waren. Ja, ich weiß mal bei MVPs. Eigentlich nicht, wenn du 23 killst, die 2. oder 22. Also nicht Most-Valued-Player. Eigentlich nicht. Weil A-Kill nur unterschiedlich. Ja, aber MVP ist trotzdem. Ja, das ist aber kein MVP dann. Jungs, Jungs, Jungs. Schaut mal her. Das ist was ganz Tolles passiert grad. Was denn? Was? Bin wieder aufgestiegen. Auf Bronze. Wie lange brauche ich denn nur für die Tricks, Fade, Junge? WTF? Ich brauche nur für... Ich brauche ganz normal 60.000. Ja, das dauert irgendwie ein halbes Jahr immer. Okay, ich brauche noch... Setze deine Ult ein. Brauche ich nur zwei Mal. Zwei Mal muss ich noch... Ja, das ist nur eine Stunde. Nein, wir müssen auf. Ja. Schau mal, was unter meinem Namen steht. Äh... Locker aus dem. Hey, wie kann das hinschreiben? Wie kann das hinschreiben? Das ist... Das kann man... Das kann man ausrüsten. Ah, ja. Titel, Titel. Ja, auf Collection. Ja, auf Collection. Ja, ich hab schon. Ich hab schon. Biowaffe. Boomer. Bot. Glücksgeld. Kopfelückgasse. Spreng auf Tiger. Unten. Allstar. So, die habe ich alle noch nicht. Ja, okay. Was nehme ich? Was nehme ich? Was nehme ich? Was nehme ich? Was am besten? Eine andere. Ungleiche. Tiga. Locker aus. Kopfgeldiger. Kopf... Habibi. Kopfgeldiger klingt nice. Ja, ich nehme Kopfgeldiger. Habibi. Ja, Kopfgeldiger. So, ich habe... Ja, dann... Ich habe... Ich habe... Habibi. David? David? Sit da.